...zu seinen Lieblingszieren, den Elefanten. Als Willkuss mit seinem Vater, an dem wir ankommen, findet gerade die Fütterung statt, was ihn total begeistert. Doch plötzlich verschwindet Pflegerkuss mit den Elefanten im Elefantenhaus und wird total traurig und sehr, sehr lecker. Sein Vater schlägt vor, in der Zwischendrei die eine Füße anzuschauen, aber dazu hat er gar keine Lust und lässt sich sofort sich unterherziehen. Plötzlich, ihn frisst die Elefanten wieder aus dem Elefantenhaus kommen und läuft voller Freude an den Elefanten zu gehen. Ein Elefant kommt sogar so nah, dass es zu wissen, in dem Elefanten. Sein Vater hat diesen Moment mit einem Ohrgestellt. Vielen Dank.